haaaaaaaaaaah Mo leude und herrscht willkommen zu einer weiteren Folge Amprix Simulator Ich hatte einfach mal wieder Bock ein bisschen rein zu schauen hier und weil das so eine schöne Geschichte war ich will es nicht wieder bei Level 1 schaden weil weißt du so, warum? Wir haben das Spiel ja schon mal durchgespielt Ich hatte es durchgespielt, Level 30 habe ich nicht geschafft Aber ich denke mir so, ganz easy, gar kein Problem. Ich spiele hier nochmal einen nicen Simulator. War knapp. Läuien. Aber meiner Meinung nach können die jetzt fahren und auch schon wieder rot. Und fahren und wieder rot. Funktioniert sehr gut. Wow. Gogi. Gogi. Lauf. Yeah. Okay. Gut. Gogi ist gelaufen. Ich glaube, Leute sind hier nicht ganz zufrieden deswegen. Lass mal hier mal ein paar Leute rüber. Bewegt. So macht es einen richtigen Geschäftsmann. Yeah. Okay. Ihr müsst jetzt warten. Sorry. So, fahrt jetzt mal da alles schön durch. So, dann machen wir hier mal Raut und Gogi. Du kannst drüber. Dann kommen hier die kleinen Bratwürstchen wieder zum Start. Nice Musik. Feiert mich. Leute. Oh, sorry. I'm so sorry. Ah, fahren sie. Ah, fahren sie. Ist kein Problem. So, Gogi. Gogi, beeil dich. Gogi. Danke. Danke. Okay. Gogi. Gogi, kann das gut. Gut, 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 gut. Gogi, kann das aber mal sowas von gut. Und jetzt fahren wir ein paar Autos rüber. Jetzt kommt, kommt. Alle einmal durch. Ich zeige Ihnen die grüne Karte. Es ist gar kein Problem. Ja. Ihr könnt alle ohne meine Berechtigung. Unfälle. Ja. Kann man sagen, geht besser. Aber jetzt kommt jetzt da mal einmal durch. Ich kann hier nicht ewig warten. Ich muss auch mal Feierabend machen. Ja, du guckst schon auf die Uhr, der dann Gogi. Jetzt renn doch mal. Wie knapp war das denn? So, lassen wir auch mal die anderen Priorität hier haben. Perfekt. Dann machen wir hier schon wieder grün. So. Und jetzt einmal ein bisschen schneller. Langsam. Da reißt mir der Geduldsfaden. Jetzt kommt doch. Hallo. Perfekt. Next. Oh, no, 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 no. Sorry, sorry. Ich kann da nichts dafür. Sieh jetzt aber mal fahren. Hallo. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Das war eine große Fehler. Entschuldigung. Aber warum passen die da auch nicht auf? Das ist ja strafbar. Gogi schafft es rüber. So, jetzt kommt. Ich weiß gar nicht, warum ich hier mache. Alles viel zu stressig hier. So, Let's und Let's Fett. Ja, ein bisschen schneller. Morgen sind wir sicher fertig. Also jetzt, komm, so, jetzt mach mal hier rot. Mach doch jetzt nicht diesen. So, ja, ich will ja jetzt auch kein... Keiner sein, der jetzt hier nicht so böse ist. Also jetzt, Zeit ist Geld. Kommt durch. Leutchen, Leutchen, was? Hubtchen, Hähnchen. Du Hähnchenwurst, ne? Ah, die Fußgänger, ja, die dürfen auch Priorität haben. Kann man machen, muss man aber nicht. Oder muss man machen, kann man aber nicht. Weil die Fußgänger einfach immer warten. Das ist eine Frechheit, eine verdammte Frechheit. So, jetzt, piep, piep. Soll ich ihn hinten drauf fahren? Was ist los? Ich hub doch auch nicht an der Ampel. Jetzt, komm. Die Ampel wird sich nicht von alleine auf grün machen. Ja, schneller. Ja, noch vier, drei, zwei. Jetzt ist mir alles egal. Ja, und Level geschafft. Next Level. Perfekt, perfekt, perfekt. Und grün, alles drum. Perfekt und grün. Okay. So, einmal schneller. Ja, ich zeige Ihnen die grüne Karte, auch wenn ich Ihnen sie nicht zeige. Ist ja auch im Grunde genommen völlig egal. So, das ist jetzt ziemlich einfach. Aber dafür muss da einige Sachen müssen da drüber. Swats. Ja, sie auch, wenn sie sie, sie, sorry. Ja, jetzt Fußgänger an Priorität. Jetzt dürft ihr fahren. Okay. Ach da, sorry, Polizei. Kein Problem. Die dürfen dann gleich fahren. Im Leben braucht man Geduld. Ja, 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 Polizei, sie hupe nicht. Das machen die Gangster, aber nicht sie. Sie, 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 sie. Polizei hier strafft hat. Das ist ja unmöglich. So, jetzt warten wir einmal da alle rüber. So, ja, hier, schön. Alle kommen. Ja, mein Gott. So, hier, Fußgänger, alle mal rüber. Sind sie, sind sie pronto? Ja, hinter einmal mir, egal. Sie normalerweise über Rot fahren, aber sie ja eh nicht aufpassen. Also, hier mal wieder Rot. Mir ist alles egal. Jetzt fahren sie aber mal ganz schnell. Ja, so, ich habe keine Zeit. Oh, das ist ein Unfall, Unfall, Unfall. Alle schnell fahren, stoppen, stoppen. Ja, so lobe ich mir das. Sie sind sie, sie sind sie. Gute, 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 gut. Sie sind gut. Sie sind gut, sie sind gut. Da biegen alle irgendwie, irgendwie, alle, alle, alle. Dort, ja, ein bisschen Einsatz darf sein. Oh, sie müssen warten. Oh, drei Swords direkt. Das ist natürlich sehr nice. Oh, no. Die sind fast ein Unfall gegeben. Ach, nee. So, jetzt haben wir mal grünen. Ja, kommt alle rüber. Kaffee ist geöffnet. Einmal ist nächster Level. Das ist jetzt doch wirklich easy. Aber wahrscheinlich gucken die mal wieder. Wir müssen eineinhalb Minuten. Ja, direkt mal Fail. Ja, Failgurke ist gar kein Problem hier. Ja, heutzutage, heutzutage ist alles möglich. Ja, es können einmal, ja, oder zweimal, ja, die zweite. Aber dann ist auch Schichtende, dass die anderen auch mal fahren können. Die müssen ja hier die wichtige Förster brauchen. Geld, ja, reinhauen. Schön und zu Hause dann noch ein Burger. Hm, ich weiß gar nicht, was das mit Holz und Burger zu tun hat. Aber sei es mal Gurkensache gesagt. So, und weg. Und sie können jetzt einmal schön, schön, schön Gas geben. Das Gas ist rechts. Nicht immer so rumleuchen, schleichen. Sie müssen auch mal etwas schneller gehen. Sonst, sie haben ja gar kein Verständnis. Sie, ja, sie, ja, nächstes Mal kriegen Strafzettel. Das ist nicht so schön. So, ja, einmal das Gas ist rechts. Kupplung brauchen sie gar nicht. Ist gut. Die Hupe. Ich glaube, die muss mal abgeschafft werden. Das ist ja unmöglich, unmöglich, unmöglich. Let's go. Noch ein paar Betonmischer. Ah, da sehe ich direkt einen. Sorry. Ist egal. Egal. Den nächsten Betonmischer noch. Und dann kann der auch schon fahren. Sie können ruhig ein bisschen in den sechsten Gang schalten. Sie müssen ja auch, Sie müssen nicht alle jeden Sprit verbrauchen. Und es ist gut. Oder besser gesagt, es ist nicht gut, dass sie hupen. So, Betonmischer brauchen wir jetzt noch. Entschuldigung, 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 das noch. Ah, der letzte Betonmischer. Jawohl. Und das nächste Level. Okay, next. Perfekt. Da roppelt die Musik ja schon direkt rüber. Und wir lassen natürlich die Hauptspur vor. Boah, was will man denn sonst? Und hier müssen wir eigentlich auch mal ein bisschen an der Seite fahren. Ist ja hier. Hier. Wir sind ja hier nicht bei Hempels, sondern am Sofa. Oder über dem Sofa. Oder, oder. Keine Ahnung. Im Katzenklo. Wäre ja noch schöner gewesen. So. Ja, Gas ist rechts. Gar kein Problemchen für euch. Nehmen wir hier wieder das Gas weg. Äh. Wir geben Gas dazu. Kriegt ihr für mich kostenlos zum Geburtstag? Ich weiß auch nicht, was man zum Geburtstag für Geld kriegt. Aber egal. Äh. Oh, no, 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 no. Schnell. Ui. Der ist intelligent. Der weiß, wo Gaspedal ist. Wenn dann sein Motor ausgegangen wäre. Ich will ja nicht in seine Haut stecken. Aber jetzt wird er erstmal weitergefahren. Perfekt. Einmal weiter. Die Ampel ist grün, falls sie nichts merken. Anscheinend merkt hier die ganze Welt nichts, was hier abgeht. So, jetzt komm einmal ein bisschen schneller. Ich habe keine Zeit. Oh, nein. Aber wir können jetzt nicht selber, weil wir eins abgeschlossen haben. Ist ja gar kein Problem. Drei Fußgänger. Naja, ich schau jetzt mal, was als erstes kommt. Also, so eine Sache ist das hier. Ja, Cookie. Cookie, Cookie. Gingel. Grübelkuchen. Grübelkuchen. Perfekt. Einmal schneller. Ja, alle durch. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich lasse euch jetzt hier mal. Mach aber hier direkt wieder rot. Ihr könnt fahren, aber auch nur bis da. Weil ich ja hier die Priorität gehöre. Denn Fußgänger, was ist denn da passiert? Mein Gott. Więc, wie ja. Was ist denn da passiert? Danke. Bis zum nächsten Mal.